so da sind wir so dann nehme ich mal den weg hier ein bisschen dieses komische gewölbe ich spüre was hier drüben und so ich glaube dass er was konnte zur musik die frage ist müssen wir gegen das viechtag kämpfen oder nicht das ist vor allem so immer komische fischer so er denkt mich doch wie komme ich da rüber ok hier unten erst was ist es hier hecho wahrnehmen es wollte bocklingeier und wir haben gekämpft ok komm ich hier mal weiter irgendwo ich hätte gehofft dass ich da wie durchkomme jetzt nicht weiter darum hat bd1 mich gewarnt ok nächstes mal höre ich auf dich wo ist denn ein ding da hinten ich muss irgendwie über den spalt kommen aber versuchen da ist ein meditationspunkt den kann ich versuchen zu nutzen mal um mich mal wieder auf bisschen aufzuladen oder das nicht doch klar so müssen wir da rein dann gehe ich mal da oben lang das war zu weit gesprungen mensch ich frage ich da hochkomme also schon komme ich da hoch aber ich habe da rein wird schwierig ich werde keine ja 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 So, gut. das ding riecht wahrscheinlich schlimmer also jetzt haben wir hier okay das ding hat mich ich bin tot oder was dauert immer einen kleinen moment bis das start ist neu geladen oder Hm. Hm. So. Hm. Schön. Der Skump-Anschluss ist kaputt, aber das sollte uns für den Moment reichen. Okay. Versuch's. Das Gewölbe? Ja, da wollte ich auch hin. Okay. Okay. Also. Erstmal müssen wir irgendwie von ihr wegkommen. Hm. Okay. Aha. Wir können doch wie gesagt so kurz ändern. Eigentlich die Farbe. Jetzt haben wir nämlich ein grünes Lichtschwert. Aua. Die haben zu lang gewartet. Wird schon gehen. Aua. Super. Die haben wir auch geholt. Die Frage ist, wo müssen wir raus? Schau mal da durch. Da geh ich dann mal da durch. Und hier ist ein Echo. Wer hier gelebt hat, hatte hier sein Lager. Lebensmittel und Vorräte. Mhm. Okay. Jemand hat hier für einige Zeit gelebt. Okay. Kann man was mitnehmen hier so? Nee, ich hab mal nicht. Die Frage ist, wie kommen wir hier wieder raus? Ah. Hier. Ja. Dann gehen wir da mal hoch. Oh, wow. Oh, wow. Das war keine so gute Idee, glaub ich. Ja. Mir geht's gut. Au. Mhm. Danke, Kleiner. Na schön. Und auf ein neues. Oh. Okay. Hier. Komm an Bord. Hm. Sehr gut. Ja, ja. Das weißt du nicht. Vergesst nicht, das wohl die Versorgung. Was soll ich da sagen? Könnte geheilt werden. Was haben sie gar nicht mal so unpraktisch ist? Upsi, da war eine Kante, die ich ständig... Klar. Ich habe einen neuen Sender erhalten. Sehr schön. Wisslich wert. Ah, hier müssen wir hin. Hm. Gute Leistung. So, gut. Die Frage ist, wie komme ich jetzt weiter? Ich meine, hier kann ich meinen Dich weiter mal anpassen. Warte, wo war das? Das war nicht hier, das war neben, daneben. Hier war es. Gut. 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 So. Moment. Dann gehen wir mal hier lang. Die große Kluft. Jetzt können wir alles kartografiert geblockt verfügbar, also da kommen wir noch gar nicht hin. Teilweise. Tja. Hm. Gut. So. Hier vor allen Dingen würde ich gerne mal zum speichern kommen. So. So. Wo kann ich jetzt speichern? Oder war das passiert? Gut. Dieses speichert schon. Ich hoffe das war da sogar schon. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. So. So.